Willkommen bei Facebook. Hier sind alle deine zukünftigen Freunde nur einen Klick entfernt. Und bei uns kannst du ihnen alles mitteilen. Welche Turnschuhe du gerade kaufen möchtest, mit wem du am Wochenende geknutscht hast, oder zeige ihnen peinliche Fotos deiner Kollegen bei der letzten Weihnachtsfeier. Unser Problem, wenn du deine Daten nur mit deinen Freunden teilst, können wir sie nicht verkaufen. Um das zu ändern, haben wir gerade wieder unsere Datenschutzrechtlinien verbessert. Selbstverständlich waren unsere Nutzer damit einverstanden. Jetzt sind die meisten deiner Daten endlich frei. Und endlich können wir unseren Partnern aus der Wirtschaft etwas bieten. Sie möchten doch so gerne alles über dich wissen. Dann können sie dir nämlich genau auf dich zugeschnittene Werbung schicken. Jeden Tag. Und das nicht nur auf Facebook. Sondern auch per E-Mail, per Post oder auch am Telefon. Wenn du das nicht möchtest, kannst du ja immer noch unser übersichtliches Privatsphären-Einstellungsmenü verwenden, um deine Daten wieder zu schützen. Übrigens, wir werden bestimmt bald wieder unsere Datenschutzrichtlinien vereinfachen. Das haben wir in den vergangenen Jahren ja immer wieder getan. Dann sind zum Beispiel auch endlich deine ganz privaten Nachrichten oder Adressbücher frei. Natürlich wird dich auch ein neues und verbessertes Menü dabei unterstützen, falls du doch noch ein paar Daten für dich behalten möchtest. Du musst nur einfach einen Code eintippen und diese kleine Aufgabe lösen. Und diese hier. Und diese. Und dann noch diese Aufgabe. Und schon sind deine Daten wieder privat. Facebook. Wir wollen dich doch nur kennenlernen.